Musik Was geht meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Pack Opening zu den beiden Team of the Season Serie A und League in gut wenigen Minuten kommen Special Packs raus, ich werde natürlich wieder alles versuchen um so gut es geht Packlack zu haben und mal schauen, ob wir heute den heiligen Stefan Uffi ziehen vielleicht auch einfach mal wieder ein Higuain oder den guten alten Zlatan Ibrahimovic ich wäre mit allem zufrieden, aber am meisten brauche ich Stefan ob das der Fall sein wird, werden wir sehen lass jetzt eine Bewertung dafür mehr Pack Openings, 7000 Likes, Redfresh günstige Coins, findet ihr in der Beschreibung, falls ihr mich unterstützen möchtet, Apro Tenko, Real FIFA Team of the Season oder MMOGA checkt das auf jeden Fall gerne ab, wenn ihr Bock habt, ich würde sagen wir beginnen direkt mit den Packs, ich bin gespannt was heute alles so kommt und dann kann ich nur noch sagen let's go, so dann wollen wir doch mal schauen Promo Sets sind draußen und es gibt die 55 K-Packs, ihr wisst was das heißt, League oder, warte was steht da, Prime Spieler Set League, alles klar ok, wollen wir das probieren, wollen wir es probieren auf Zlatan Ibrahimovic zu geiern das, ja, wird hoffentlich jetzt hier passieren wir öffnen ein paar 55 K-Packs und David Luiz im ersten Nein, was für ein Start zwei Team of the Seasons David Luiz und Diara im Pack, hat Diara nicht irgendwie eine Strafe zahlen müssen, keine Ahnung erstes 55 K-Pack und was gleich mit die beste hinaus der League mit David Luiz und Diara von Olympic Marseille, ach du Scheiße guckt euch mal David Luiz das Werte an, das ist sick er kostet zwar nur noch 60, 70 aber Diara auch noch mit biechigen Werten im ersten Pack Digga, oh mein Gott Ibra, Ibra wartet er wartet einfach auf die Transferliste warum lebt das jetzt so lange keine Ahnung aber gönnt euch mal dieses scheiß erste Pack kranke Spieler ja, da können wir es nochmal sehen David Luiz und Diara im ersten 55 K-Pack im 55 K-Pack alleine heute 55 K-Pack let's go ich bin jetzt richtig geheim Spaß wow Thiago Silva hä what the fuck Digga ich wusste gar nicht dass es Ding gibt als Team of the Season Pack Nr. 2 und wir ziehen den fucking Thiago Silva jetzt führt nur noch der Zlatan Digga der Zlatan Thiago Silva Team of the Season haben wir auch gezogen mit Pastore Junge okay 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 das das heißt einiges wir müssen mehr Packs öffnen holy shit jetzt sind einfach die Limpfverteiger von PSG komm Slata die Präger oh mein Gott Junge CDB als nächstes schon wieder ein blauer und die kommen hier ja wirklich wie Non-Ware-Spieler angeflogen krank komm der Gast Stefan ruft eh anvisieren man er muss kommen er muss einfach kommen heute das ist unser Ziel ja nein nein und unter scheiße ich oh mein Gott ich dachte jetzt ist es so weit dass wir unseren heiligen Stefan Zivicin nicht aber Zivicin Mondanda Team of the Season hey ich dachte Marseille hat eine scheiß Saison gespielt aber what the fuck ein 91er Kiffer kostet 20.019 aber warum hat er ein Team of the Season ich weiß es nicht Junge was für Spieler was für kranke Spieler Zlatan oder Stefan einen von euch beiden nein es wird erstmal Fabinho sein oh mein Gott und Rezal oder Rezal von ja Olympique Lyon im Pack scheiße Alter scheiße das ist wieder ein Pack Opening wie es einfach nur von Real Fever sein kann hier Pera Jungs HET Franzose warum nicht einfach Stefan nein es wird Mondanda und jetzt Fabinho mit Rezal der Algeria nehmen wir mit heftig das ist das gute es gibt nämlich nicht so viele Ligue 1 Spieler was die Chance natürlich erhöht jetzt hier auf blaue Spieler und das sehen wir hier und das sehen wir hier und jetzt ziehen wir in Yama wir ziehen alle den Torhüter aus Stefan ich schwöre er lässt sich unglaublich viel Zeit von OEC Lille Lukas auch schon wieder doppelt der wie vierte ist das jetzt schon wieder keine Ahnung ey 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 ich schwöre es euch es kommt noch es kommt noch ich hab ein riesig riesiges Gefühl bei der Sache Matruidi Matruidi oh mein Gott das ist nicht deren Ernst jetzt hier gerade mit Bless Matruidi als nächstes was ey ich schwöre es euch Peck nach Peck es kommt einfach ne blaue Karte und Bless hat die sickesten Werte alle über 80 so care Alter jetzt hier Ruppe oder Ibra wir haben schon Fassers vom Plätze Team Lackerset wäre auch fresh Lackerset wäre auch fresh aber es wird schon wieder Fabinho schon wieder fucking Fabinho das ist ja unglaublich krank Alter was sind das für Packs ich schneide die Packs noch nicht mal ich lasse sie alle durchgehend laufen ihr seht es einfach live in Farbe den nächsten blauen jawoll um Titti um Titti 85er wir ziehen durchgehend irgendeinen oder beziehungsweise immer einen anderen es ist unglaublich das sind ja jetzt schon übelst die kranken Packs gewesen vielleicht kommt in der nächsten Stunde noch das Serie A äh 55k Packs Max Will Junge Junge Nein Nein und noch weiß Nein das kann nicht deren fucking ernst sein ey was sind das für OP Packs Koscian Doye Maxwell ich komm nicht drauf klar ey das geht in die Geschichte ein das geht in die scheiß Geschichte ein 3 Timo Timo Fisir in einem Pack und jetzt Fisir Ja Ja Mann Stefan Ey das ist unglaublich das ist so unglaublich Stefan Ruf will Digga Förster und am Pellfi Ja Mann wir haben ihn die Legende Stefan Ruf mit David Luis im scheiß Pack wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben eigentlich das komplette League Team gezogen und jetzt ist es soweit Heiliger Stefan Ruf schließt das legendäre Pack opening einfach ab was ist das für ein heftig geiler Typ Alter mit David Luis Stefan Digga wir haben ihn wir haben ihn und jetzt fehlt nur noch Ibra ey schwörs euch wer dieses Pack opening verpasst hat der hat um einiges verpasst nächster blauer Baby komm her glaubt er einfach nicht das glaubt er einfach nicht das müsst ihr jedem sein was ist das ein pack ob nicht nächste blaue karte von viniu jungen scheiße und mal schauen und mal schauen wer jetzt noch kommt man ja ja ein neuer und der heißt silver von AS monaco ich season 2 gezogen haben wir haben zweimal stefan hoffier das erscheint nach einem video david luis zweimal madridi tiago fucking silver und keine ahnung wen wir hier alles noch gezogen haben monto und da ok nächste stunde und ja man perfekt das prime spieler set der serie a wenn das genauso krank ist wie das league dann ist vorbei dann ist vorbei erstes pack hier come on die baller higuin ökedeiner von euch ja bianic nummero 1 91 team of the season gleich als erstes das ist ich schwörs euch das ist nicht normal insgesamt haben wir jetzt also 21 mit bianic kommt der nächste wieder ja ja die baller die baller ja scheiße scheiße das war mein ziel die baller higuin und was weiß ich will wir jetzt hier alles gepackt haben nummer 22 paulo die baller team of the season nein nein das ist nicht mehr normal das ist nicht mehr normal das ist ehrlich das best pack obligo freundreich ich schwörs euch vorbei wir haben bis jetzt einfach die beiden heftigsten wieder die baller und den fucking bianic als nächstes vom bianic und wieder 91 es ist unglaublich es ist fucking unglaublich gönnt euch auch mal diese werte 94 passen das schwierige ist jetzt ich mach ja nach jedem guten pack einen drop aber haben wir wirklich so viele drops dass wir nach jedem scheiß pack nach jedem scheiß pack irgendwas hinterlegen können muhamed salat team of the season willkommen herzlich willkommen zu meinem fein und dann ist es vorbei das heftigste pack opening eine blaue karte noch eine blue karte ja ja nein nein ach ich dachte es wäre basali ich dachte es wäre eine basali aber gut wenigstens ist er blau das war es mit den packs gönnt euch doch mal die baller fürs ohne holy shit diese werte muah zucker schon wieder sag ich eigentlich die ganze zeit zucker das war's best pack opening of all time ihr könnt mir sagen was ihr wollt aber es ist einfach so und für wie viel geht der eigentlich gucke ich mir jetzt noch mal an 500k vielleicht ok 300k vielleicht mache ich ein video mit ihm wenn ihr darauf bock habt wenn ihr jetzt die 10k likes raushaut eigentlich ja denke ich mir mal kriegen wir das hin danke für eure unterstützung macht's gut genauso wie die baller verabschiede ich mich jetzt haut rein